Hallo Leute und herzlich willkommen damit zu ARC Survival Evolve zusammen mit der Juice Media Crew unter anderem Moritz live, der ihn gerade wahrscheinlich geschlägt, Patrick ist noch mit dabei Warum läuft hier am Strand in Elch rum? Leif geht schon auf mit der Scheiße Er ist gleich tot So, ich muss euch erst mal verraten Wo seid ihr? Wir sind hier alle beieinander Ich weiß nicht, wo aber Das ist... Lad ungefähr 88 und long ungefähr 25, 26 Okay, lass das Wir müssen uns mal kurz droppen mit der... Das ist die falsche Richtung Ja, da war nur das hier drin, das kannst du haben Ich weiß, was da drin ist Wir fangen schon mal an zu sammeln Ah Jörn Seid ihr deine Nähe von dem... Weißen Airdrop? Weißer Airdrop? Ja, ich hab gebrochene Knöpfen Ne, so ein Grüner ist bei uns Grün, grün, grün Am Strand Also... Jetzt geht's los Ey, hier seid ihr nicht voll schön Leicht du bist eigentlich richtig hässlich, ne? Die Hinsel ist wirklich voll geil Warum hast du das gemacht? Und Patrick macht einem richtig Angst, ey Figuren, ne? Ey, ich öffne meinen Airdrop, ne? Joa Viel Spaß Oh, der ist noch nicht gespunnt Ich bin schon Level Up, ne? Wow Äh, nicht Ich bin noch nicht mal bei euch Warum nicht? Ich bin wieder auf der falschen Seite Ja, ich bin definitiv auf der falschen Seite Gott, bin ich dämig Ja, toll Jetzt muss ich mir ein bisschen Holz holen Und jetzt hab ich direkt wieder geboren Ey, komm mal Komm mal zu dem roten Beacon Also zu dem roten Ding Ding Nein, nur noch richtig schön, Julian, komm zu uns Julian, komm zu uns Ja, ich muss euch finden Ich bin unter dem Felsvorsprung Ich schwimm beim Wasser Oh, wir sind oben Ja, da komm, Julian, da müsste ich auch ungefähr sein Guck mal, geh mal an die Kante und guck mal runter Ich bin unten Achso Im Wasser? Julian, fallen da gleich Bäume oder so runter vielleicht Wart mal Bäume runterfallen Ey, ich seh dich, Julian Seh dich Ja Julian, fallen da gleich Bäume runter Nein Moritz hat deinen Maul Hör auf Hallo Hör auf mich zu Hause Ich seh euch Leute, hier oben Hier oben Hallo, der Schwarze hier Alter Digga Ich bin gleich tot wegen dir Oh Oh Warum bist du... Julian, siehst du mich Warum bist du an Kantschis? Können wir uns mal bitte alle beim grünen Beakentreffen? Moritz ist an Kantschis Warte, ich geh Jürgen, ich muss Jürgen, ich muss Jürgen Geh aus meinem Inventar raus, du Penner Warum hast du so viele Sachen, die ich nicht habe? Weil wir schon fair sind Nein, Moritz hat die ganzen Startsachen Uga, 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 uga Ich hab dir heute ausgenommen Ne Wie du aussehst Das ist leichter Rassismus, aber egal Nein Du lachst nicht aus, weil er schwarz ist Aua, wir angriffen von irgendwas Nein, ich lach nicht Patrick, ey Ich lach ihn nicht aus, weil er schwarz ist Frieden, Patrick Ich lach ihn nicht aus, weil er schwarz ist Frieden Okay, Frieden 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 Das Jürgen, lass mal Jürgen umbringen Ja, okay Jürgen hat die Aufnahme Lass richtig spielen Lass richtig spielen Okay, ich muss trinken, Leute Okay Leute, komm mal bitte zum grünen Beakentre Wo ist denn die? Da, wo es grün hochgeht Jürgen, folg mir nochmal, du Idiot Was? Jürgen, voll kurz Jürgen Ey, gib mir meine Sachen wieder Nein, ich hab Hunger Live Nehm Doch, das warst du Gib mir meine Sachen wieder Gott, seh nichts Na und? Das wäre denn, wenn ich dir glaub, weil ich Hunger hatte, tut mir leid Solltest du ja auch Also ob die Live die noch hat Live, friss doch alles sofort auch Live, der alles frisst Ey, komm mal her Live Ja, wohin Zu mir Ich steh neben dir Ja Hä, nein, warte mal Warte mal, ich bin weg Hallo Hallo, ich hab euch verloren Ich will hier nicht alleine sein Ich hab Angst, dass es dunkel Ja, Jürgen, wir sind 1,2 Äh, ist es dunkel schon? Wieder? Ne, weiß ich nicht Doch Ich renne vor der Dunkelheit weg Aber ich bin langsamer Aaaaaah Ich soll ich Campfire flasen Äh, ich hab beim grünen Beakten ein Campfire Äh, hier Die Dunkelheit holt mich ein Nein, ich hol die Dunkelheit ein Ich bin wieder im Licht Wer haut gegen einen? Wer ist das? Ich Hey, wo bist du? Bist du der Dünne hier? Ja, ich bin da lange Ihr müsst gewöhnen Ey, wo seid ihr? Hallo, ich bin ja alleine hier Beim grünen Beaken, du Idiot Welches Beaken? Was ist das denn Beaken? Das grüne Ding, wo der Strahl auch geht Ach, das Hä? Äh, äh, äh Doch, das heißt Beaken Okay Meinetwegen auch Supplycrate Supplycrate Ab welchem Level kann man denn was freischalten? Ah, ich kann schon was freischalten Ah, ich kann schon was freischalten Idiot So, wer kommt jetzt zu mir? Wie den darf ich umbringen Mit dem Schwer, mit meinem neuen Ich hab fünf Schwerer Jürgen, lad ihn mal ein Lad ihn mal ein Wen, wen? Äh, Patrick, Patrick, komm mal her Patrick ist doch angeladen Patrick, nicht werfen Patrick muss annehmen Ja Patrick muss annehmen Wie denn? Zu ihm hingehen eh Hallo, ich will auch in Tribe Ja, komm zu uns Äh, hier steht nur Recruit Äh, nein, okay Jürgen, lad ihn mal ein Bist du jetzt eingeladen? Bist du jetzt eingeladen? Bist du jetzt eingeladen? Bist du jetzt eingeladen? Äh, jep New Info, recruit Accept Advantage Ey, wer ist Admin? Ich? Äh, wie Admin? Äh, äh, Crew Admin Äh, äh, Crew Admin, äh Tribe Admin oder was? Eurian, hab ich jetzt akzeptiert? Ja, ja, das bin ich Mh, wie, wie wollen wir unseren Tribe nennen? Alter, das macht einem so Angst, ne? Ach, Mann, leu Hallo 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 Warum greifst du es wieder an hier? Muss das sein, Alter Ich hatte Angst vor Patrick Warum? Weil wie komisch aussieht Du siehst auch komisch aussieht Du siehst auch komisch aussieht Ey, sieht man wie größer geworden? Ne, ne, ich bin schon, hallo Ach so, ich dachte, Patrick wäre schwarz Ne, ich bin der coole Hahaha Wieso ist Niklas denn doch hier? Ey, ja, der lädt halt noch das Update runter Ähm, sagen wir, wie wollen wir jetzt unseren Tribe nennen? Egal Okay Ey, nenn die wie auf diesem, äh, einen Server dabei Klaut nicht mein Fleisch! Geh weg! Das hier ist Minecraft, ich klau das nicht live Ey, Moritz klaut grad Fleisch von dir, ne? Nein, ich hab gar nichts geklaut, ich brauch nur was zu essen, ich sterb nämlich gleich wegen Essen Ja, wir sterben alle! Komm her! Ey, gibt's hier irgendwo Felsen? Boah! Leif ist das halt erst! Ja, der ganze... Was ist das? Hier ist ein... Ich hab kein Fleisch genommen! Leute, hier ist ein weibliches Megalozoros Ja, das ist schön Ein weibliches Megalozoros Das sieht voll komisch aus Warum hat er so viele Sachen? So Parasur-Arc-Founder-Titel, ey, wir haben's in falsche Zeit gekauft Ja, wir haben's früher gekauft Scheiße, wir haben nicht nur für den T-Rex die Ghetto-Brille da, die... Anguck, geile Brille Ja Okay, ich hab mir mal Flint Wer hilft mir, Parasaurus zu erlegen? Ich Wer hilft mir wieder aufzuwachen? Äh, ich Äh, du Dankeschön Bitte Ich bin wieder aufgewachen und ich hab immer noch Hunger Ey, wollen wir eine Schildkröte erledigen? Ne, die sind schwer als ein Parasaurus Ich weiß Na komm, live Wo bist du, Patrick? Ich komm zu dir Oder 2, ich komm zu dir 1 von beiden 2, ich hab dir eh nicht Ich hab dir eh nicht Ich hab nur drei Speere Dann hau dir dann... dann hol ich noch ein paar mehr Aber warte mal, ich kann... ich kann mir glaube ich schon... äh... Ah, noch ein Level, dann kann ich mir Dings machen Was? Äh, hier Äh, Steinschleuder Ernsthaft? Natürlich Hm, 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 hm Da Der Beacon ist grad zusammengefallen Äh... Mein Gott, da ist ein Aufwand Alter, warum ist es auf einmal so dunkel? Na Weil er Beacon zusammengefallen ist Hier sind voll wenig Steine, das fackt einen leicht ab Na, du musst zu den Felsen hier hinten gehen Oh mein Gott, ich bin viel zu schwer Naja Das wissen wir War im Level ab, äh... Fack dich Äh, zu welchen Felsen? Auf, wait, wie immer Und... Slingshot Wenn wir jetzt einen Fiomia holen, dann kann ich... Äh... Leife ich helfe beim Fiomia Da hinten ist ein Parasaurus Lass doch das mal machen erstmal Ja, ich hab... ich hab... Kann aber keinen Parasaurus Warte mal Äh, Slingshot Ich brauch ein bisschen Fiber und ein bisschen Hype Dann müssen wir das erledigen Jetzt komm... äh, wer bist du da? Geh mal in den Tribe Geh mal in den Tribe Geh mal in den Tribe Achso, ja stimmt, lad mich mal ein Das kann er nicht Nicht, das kann er ja Müsst du zu mir kommen Wo bist du denn? Patrick, warte Ja, warte ich kann Ich muss was droppen, ich bin zu schwer Hä, wo bist du? Hier hinten, ich komme Ich bin immer noch zu schwer Brauch irgendwer Holz Glaub ich Naja, schon wieder Hunger Sind Steine da geworden Deine Hä, wo ist denn das Parasaurus des 14 hier? Da hinten Ach, hier, da in den Bäumen Das ist ein bisschen dunkels Weg Wie viel Sperer? Ah Gott Äh, vier hab ich gerade Ich hoffe doch, wenn man zu schwer ist, Alter Ja, wo bist du? Ja, ich stehe jetzt wieder zurück Ich bin erstmal von beiden Seiten schlagen, Patrick Ja Wo bist du, Julian? Warte Weil wir so lange Pause gemacht haben Ja, wir haben zu lange Pause gemacht Ja, wir haben zu lange Pause gemacht Okay Okay, 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 okay Okay, okay, okay Craft item Slingshot Bla . Wie eben sehe ich Bedeutung Musik Ja, ich will ja ein Spiel haben. Nehmt euch ruhig so viel Fleisch wie ihr braucht aus diesem Eindlings hier, ja? Oh mein Gott, die Schildkröte greift mich an! Ach Julian, bist du doof! Leute, hilf mir mal! Ja, ich schieß mit der Steinscheu da drauf! Ha, von der Entfernung kann sie mich nicht angreifen! Oh mein Gott! Warte, sie dreht sich! Ah, jetzt greift ihr sie wieder an! Ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen! Greift sie an, greift sie an, greift sie an! Wo seid ihr denn? Ich will euch auch helfen! Jetzt hat sie erst gegen mich! Da haben sie! Wow, ich hab so viel Fleisch gekriegt! Zu fünf ne Schildkröte, Alter! Äh, sind vier! Ihr seid drei! Ja, geht noch schlimmer! Moritz, Moritz, komm jetzt mal in 2! Ich hab zwei Öl! Moritz, komm jetzt hin in 2! Ja, ich hab gerade was getrunken, aber ich bin grad nicht so schnell, weil ich fast crafte! Doch, egal, komm trotzdem in 3! Oh, hier gibt's schon Fleisch! Ja, ich bin Level ab! Schon wieder! Ich hab doch gesagt, du sagst dir Fleisch nehmen, wie du brauchst! Ähm, man, 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 was nehme ich denn mal? Warte, ich brauch auch Fleisch! Ich brauch noch mein zweites Lagerfeuer! Ja! Ja, wir haben zweites Lagerfeuer! Ja! Ja! Dahinter! Ich hau noch... Ach man, ich würd grad Fleisch reinhauen! Und mir rausnehmen, was ich essen kann! Ich hab das zweite Lagerfeuer gemacht, ja! Ja, hol doch! Boah, das interessiert doch keinen! Ich hab so Fleischfeuer gemacht! Klar, das sieht aus, wie mich interessiert das! Ich hab's gemacht, halt auch! Interessiert uns aber nicht! Alles, was da drin ist, gehört mir! Dann nehm ich mir alles wieder raus, okay! Nein, nein, kann's rückmachen! Nee, das ist zu spät! Ey, Büro, Büro, mach mal! Wir grenzen Moritz aus von unserem Tribe, Leute! Nein, nein, nein! Los, mach mich rein! Mach mich rein! Bist du das? Ja, ja, ich bin das! Mach mal, das sind nur die Tribe, Leute, die Lagerfeuer eröffnen können! Mit Moritz gar nicht reinkommt! Ah, guckt Meet endlich! Schnell raus! Schnell was essen! Oh! Ich geh jetzt jagen, ihr Penner! Ich mach mal eben auch schon! Okay, lass mal Moritz jagen! Patrick! Ja, ich... Wir gehen jagen! Wo bist du? Äh, da, okay! Was jagen wir? Oh, Quartet, komm mit! Leute, ich komm mit! Hier, lass den Kizaratops den Strike da! Okay, Leute, könnt ihr uns helfen? Ja, ich will noch fahren, genau! Warte, ich schieße erst mal das Link-Shot! Aufm Kopf! Los! Ey, greift an, greift an, greift an! Oh mein Gott, warum? Er greift mich an! Au, au, au! Nein! Ah, ah! Geht auf mich, ihr Penner! Nein! Nein! Aua, es geht auf mich, es geht auf mich! Ich bin, ich hab gebrochene Knochen! Ihr habt mich fast mit zwei Schlägen getötet, Alter! Oh, oh, ich bin tot! Ich bin tot! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Keiner looted meine Leiche, äh... Yo! Keiner! Er ist tot Jörn, da muss ich mir drauf schießen. Oh shit. Oh, da bin ich wieder erstmal. Ich hab einfach nichts bekommen, ihr Penner, und ich wär gleich an Hunger. Ja, ey, rohes Fleisch kannst du eh nicht essen. Wollen wir mal... Ist mir schon klar. Kein Scherz. Ey, lass machen wir. Oh, wo seid ihr? Wo bin ich? Wo seid ihr? Wo bin ich? Oh shit. Ich bin auf einer Insel. Ja, wir waren eben auch schon auf der Insel. Ich bin beim blauen Beacon. Beim blauen? Komm her. Ja, dann komm zum Grün. Ja, ich hab's. Grüner? Der ist nicht mehr da, Jörn. Äh, hier in der Nähe ist trotzdem noch ein grüner. Das ist nicht in der Nähe, oder? Doch, klar. Äh, doch, 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 doch. Das ist direkt in den Monster. Okay, ich renne darauf zu. Warum kann ich nicht mehr aufs Lagerfeuer zugraffen? Ähm. Ey, Jörn. Welches Lagerfeuer denn, Jörn? Ja, du hast es ausgemacht, Jörn. Nein, hier gibt die ganzen Lagerfeuer. Ich kann nicht mehr drauf zugraffen. Du musst eh halten und drin. Nein, ich mach das mit F sonst immer. Ja, F. Ja, F, dann gehst du direkt rein. Ach, F. Ja, geht doch. Bei mir geht gerade gar nichts. Bei mir geht's. Bei mir geht's nicht. Jörn, mach die Lagerfeuer nicht aus. Ey, ich mach sie nicht aus. Ich will... Ey, mach die dann die ganze Zeit aus gerade. Ich bin hier... Ja, ich bin das wahrscheinlich. Aber... Ich bin mal wo ganz anders. Aber ich seh's ja nicht. Ich tu mal neues Fleisch hier rein. Sicher, dass ihr beim grünen... Oh Gott, ich bin... Ey, Jörn, ich will nicht handeln. Bin neben dem roten Lagerfeuer. Ich will auch nicht handeln. Warum lädst du mich dann ein? Ich weite nur wieder auf den Server connecten. Mann. Runter geflogen, oder was? Nein, er ist das knackig. Ich kann nichts mehr machen. Läuft die Aufnahme denn noch? Ja. Hier oben. Bei 17 Minuten 30. So funktioniert es? Alles klar. Ja, es geht. Jörn freut sich erstmal. Ja. Ey Jörn, du hast die Aufnahmezeit dabei im Blick, ne? Ja. Alter, hörst du gar nicht zu? Nö. Ey, Moritz gibt's auch, Alter. Ich hab doch gerade gesagt, wie viele Minuten wir schon haben. Ach so. Dann ist ja gut. Warum meinst du denn 2017 mal das, ne? Warum nicht? Das ist, weil der seltsame Name ist. Wie heißt unser Tribe? Wackers. Wenn man ein, wenn man ein Clove Shirt machen will, braucht man dafür Fiber. Was für ein Shirt? Clove. Kleidung. Warte auf. Warte auf. Ich hab Clove verstanden. Ein Clo. Genau. Ein Clove Shirt. Warte auf. Oh lecker. Klo. Oh lecker Klo Shirt. Ja. Ja. Alles klar. Haha. Geil. Ey, ich mach uns hier die Wackel hin. Da vorne ist ein Canotaurus. Ein Canotaurus, Alter. Wie heißt es so? Kano. Wer heißt es so? Kano. Ich glaub die heißen Canotaurus. Die heißen noch niemals Canotaurus. Glaubst du? Glaub schon. Ey, Leif es gibt bald neun Vogel, ne? Ja. Ich weiß, ich hab bald so ein neues Reitier. Welches? Warte komm, wurde das Känguru jetzt eigentlich schon eingefügt? Ne. Ne. Känguru. Wer hat hier Standfackeln platziert? Wärst du doof? Ich, 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 ich. Ey Patrick, hier liegt ein Lüt noch. Achso. Du hast noch elf Minuten. Wer? Achso. Dino. Na toll. Wo zur Halle bin ich? Ey, Fackel, Bruder. Oh Gott, bin ich für Dike. Wir sind immer noch auf dieser Innenseil. Wir sind immer noch auf dieser Innenseil. Haben wir alle. Ne, nur Life und Junior haben so einen Stern. Julian, das heißt wir sind gerade Gruppenlieder. Achso, weil wir Admins sind. Ich werde von irgendwas angegriffen. Oh, ich muss was trinken. Aua, ich, D3. Ah, toll. 19, oh fuck, ey, wo war der? Fuck, wo ist ein Raptor? Wo ist der? Wo ist der? Ich will den töten. Das war's. Ich wollte ihn sehen. Wo genau, Westzone? Eins oder zwei? Ich war so lustig, Leute. Hilfe. Leute eins oder zwei? Ey, könnt ihr, könnt ihr Win Foundation machen? Äh, noch nicht. Ich könnte Tatchit, man muss ja mal lernen, wenn schon. Batch Foundation. Oh, Achtung, ein kleiner Drache da. Oh, Drache? Ja, die kleinen Viecher. Die greifen ich aber nicht an. Ja, ja, aber wenn du sie angreifst, die bringen dich um in der Koppa. Ja, die sind richtig hart, Alter. Die haben mir eine Flugsau immer umgebracht früher. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, die kamen immer und haben alle weggefetzt. Moment, wo spawnen wir? Ich bin jetzt ganz, ganz oben. Zwei. West zwei. Ich glaube, ich bin versehentlich bei North zwei. Mega Piranha. Ja. Westzone zwei. Soll ich mal ein paar Schlaftecke platzieren, wo dann ein paar Leute spawnen können? Das wäre toll. Das wäre toll. Ich kann nur einen bauen, aber. Äh, Schlafsack habe ich noch nicht freigeschaltet. Habe ich gerade freigeschaltet aus langer Weile, womit ich XP kriege. Kannst du mal bitte irgendwo einen hin platzieren? Warte. Ich hab einen platziert. Warte, muss wieder dahin. Ähm, wo trennen wir uns jetzt? Ich weiß nicht, wie ihr seid. Immer noch bei West zwei. Muss ich was essen? Der Schlaftecke heißt EEEE. Da vorne ist immer noch ein Raptor, na toll. Ey, ey, wo soll ich eine Wundenfoundation hinbauen? Nirgendwo, wir wohnen hier nicht. Wir wohnen hier ja nicht, das ist nur ein Lager. Ja, ja, wir ziehen dann um. Ja, und wo wollen wir denn wohnen? Ja, wo anders? Ich hätte Bock, wenn wir ihn wieder bei den Wasserfällen. Nee, das müssen wir in einem Wald mal wohnen. Ja, komm, wir suchen jetzt einen Platz, okay? Na, jetzt noch nicht. Wir müssen am Tag losziehen, wie wir alle da sind. Leute, Leute, wir müssen logisch denken. Das Problem mitten und weit ist, wir brauchen Wasser. Äh, ja, geht doch. Warum wir, wenn wir, wenn wir, äh, um zum Regen auffangen. Und mit dem weiten Haus bauen ist mega anstrengend, weil da überall das ganze, kleinem Zeug wächst. Lass doch hier erstmal so ein Haus einfach so ein... Wo ist dieses Bett? Wo ist dieses, äh, wo ist der Schlafsäck? Ich kann da nichts brauchen. Bei West zwei. Nein. Lass hier einfach, lass hier einfach anfangen Haus zu bauen. Ja, dann fang an. Wenn du mir nicht willst. Kann da nichts spawnen. Warum kann ich beim Schlafsack nicht spawnen? Ja, ich hab eine Wundenfaustelle. Ey, das ist meine. Hier wohne ich. Geh runter von meinem Haus. Aua. Aua. Alter, ich hab ihn mit einer scheiß Fackel geschlagen. Steinschleuder. Ja, er schieß auf dich. Das bin ich, das bin ich, das ist er gerade. Ich weiß, ich weiß. Au. Hab ihn getroffen. Alter, das, das, alter, das schlägt ja richtig hart, das Tor pur. Aua. Ja, das ist zum Betäubeln. Roter Dodo, ich will den Dodo zähmen. Endlich, ich sehe die Fackel. Äh, Lagerfeuer. Geh weg Leich. Wo bist du? Wo ist meine Leiche? Wo ist meine Leiche? Wo ist meine Leiche, wo meine Leiche ist? Ne. Lass jetzt richtig weiterspielen kommen. Das macht gar bug mit euch. Ne. Bist du eine Frau? Ey, hier ist eine Leiche. Kriegt man Fleisch von der Leiche? Das ist Moritz Leiche. Ey, Patricks Leiche. Geh da weg. Ich hab ein Schwert an dich geworfen. Aua. Ey, der ist voll in meiner Sicht drin. Nein. Ey, Jürgen, wie lange noch? Ey. Wie, wie lange noch? Achso, die Folge ist schon vorbei. Ja, tut mir leid heute, wir haben wieder etwas überzogen. Alter, ich würde mal auch noch. Vorab, Moritz. Ja, ich auch schon ab. Ja, hab ihn. Nicht euer Ernst, Mann. Guck mal, was hat... Alter, wie viel hast du denn in deinem Inventar? Jetzt lass mein Inventar in Ruhe. Wir wenig. Alter, pack 8 Holz wieder rein. Wer wär das? Julian? Ich hab das nicht. Ich hab gar nichts rausgenommen. Warte, lass mir das Sperr aus der Hand klauen. Nee, egal. Ey, sieben Sperre? Ja, jetzt lass... Wofür brauchst du so viel... Nein, der hat die Sperre wieder zurück. Warte, ich belebe dich wieder. Ach, bist du schon. Wer hat die Sperre aus meinem Inventar genommen? Okay. Ciao. Moritz, Moritz hat die genommen. Danke fürs Zusehen, Leute. Moritz hat die genommen. Moritz hat die Sperre genommen, oder? Ey. Von der Leiche. Danke fürs Zusehen, Leute. Macht's gut, haut rein. Tschö. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.